Mein Ananas-Flamingo-Nagel ist mittlerweile getrocknet und jetzt fange ich an zu fallen. Es ist natürlich ein bisschen schwierig an dem Tipp. Ich versuche den möglichst so zu halten, dass man die Fallschritte auch gut sehen kann. Ich fange an mit der Seitenlinie. Beim Stiletto muss ich natürlich verjüngend arbeiten. Da kann ich nicht über dem Square gerade arbeiten. Aber wer schon mal Schulungen von mir besucht hat, der kann meine Fallschritte sofort wiedererkennen. Das ist die 1. Die 2 brauchen wir nicht viel darüber sagen. Die haben wir ja am Tipp nicht gegeben. Die 3 ist eigentlich die Länge. Die brauchen wir jetzt nicht beim Stiletto. Und jetzt arbeite ich die Oberfläche. Das ist einmal meine 4. Ich feile quasi den Berg rauf und auf der anderen Seite auch den Berg rauf und wieder runter. Das, was ich hier gearbeitet habe, arbeite ich spiegelverkehrt auf der anderen Seite. So, jetzt habe ich natürlich ein Problem. Der obere Rand. Und jetzt mal wieder eins Total. Und jetzt. Und jetzt. In meinem nächsten Video werde ich mal einen Nailtrainer benutzen oder ich hole mir ein richtiges Modell. Nun wollte ich euch nochmal schnell zeigen, wie ich mit Acrylfarbverläufe mache. Und dann werde ich ein paar kleine Schnörkel hier draufsetzen. Sonst habe ich zu viele Falschsporen drauf. Jetzt kommt wieder mein Lieblingsacrylic Design. Pinsel und ich werde in Schwarz ein paar Schnörkel malen. Ich werde in Schwarz ein paar Schnörkel. Wenn ich Schnörkel male, rede ich eigentlich nicht viel. Ist zwar doof, aber dafür hört man die Uhr. Ganz feine Linien. Wenn ich den Pinsel ganz senkrecht halte, dann kann ich die feinsten Linien damit malen. Halte ich den Pinsel schräg, gibt es größere Sachen. So mache ich Blätter. Und noch ein paar Drücker. Und das ist ein ganz einfaches Design, was ihr auch im Studio anwenden könnt. Und auf kurzen Nägeln. Ich versiegel nochmal. Dafür nehme ich jetzt den Top & Go. Ich muss noch ein bisschen warten. Die Farbe ist hier vorne noch nicht richtig getrocknet. Aber jetzt. Und dann von Kölnmi. Und das. Und das. Jetzt bitte mache ich ein bisschen. Ich versiere dich wieder. Und du bist hier runter. Und du bist. Wenn ich mich dabei habe. Und fertig ist der Nagel.